Wenn es eines gibt, wovor sich die meisten Menschen drücken, dann ist es die Steuererklärung. Diejenigen, die verpflichtend eine machen müssen, müssen diese in der Regel zum 31. Juli des Folgejahres einreichen. Wer freiwillig eine abgeben will, kann dies bis zu vier Jahre rückwirkend tun und hat dabei jeweils bis zum 31. Dezember Zeit. Ob ihr die nun verpflichtend oder freiwillig abgebt, am besten ihr nutzt eine Steuersoftware dafür. Das erleichtert euch die Arbeit enorm. Denn für das Elster-Portal muss man schon ein echter Steuerpro sein. Ich bin Müni von transparentberaten.de und in diesem Video schauen wir uns mal die Top 3 Steuersoftwares und Apps an, was sie kosten, wie hoch der Aufwand ist und welche sich wirklich lohnen. Am Ende erzählen wir euch noch, wie ihr die realen Kosten für die Steuersoftware neben Rabattcodes noch weiter reduzieren könnt. Also bleibt wie immer bis zum Ende dabei. Kurzer Transparenzhinweis am Anfang. Wir sind eine Firma und bieten Tarifvergleiche und persönliche Beratung durch unser deutschlandweites Expertennetzwerk in Sachen Versicherungen, Finanzen und Altersvorsorge an. Wir versuchen natürlich trotzdem immer so objektiv wie möglich zu bleiben. Wenn ihr denkt, dass uns das mal nicht so gut gelingt, dann schreibt es uns einfach direkt unten in die Kommentare. Aber jetzt zu unserem heutigen Thema. Die besten Steuersoftwares und Apps, die uns dabei helfen sollen, das leidige Thema Steuererklärung etwas einfacher zu machen. Fangen wir mit einer App für Smartphone an, nämlich Taxfix. Das Fintech-Unternehmen Taxfix wurde 2016 in Berlin gegründet. Mittlerweile gehört Taxfix zu den beliebtesten Steuer-Apps und es gibt sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien und Frankreich. Und die App ist wirklich enorm intuitiv. Man klickt sich ganz einfach durch alle Kategorien und Fragen und wählt die für eine zutreffende Antwort aus oder macht eben seine entsprechenden Angaben. Taxfix lässt sich an iOS und Android-Geräten und auch im Browser auf dem Computer verwenden. Außerdem arbeitet die App mit künstlicher Intelligenz. Denn beim Ausfüllen kann man relevante Belege abfotografieren und die Angaben werden automatisch eingelesen. Beim Test des Magazin Business Insider von 2019 und der Wirtschaftswoche von 2018 funktionierte die automatische Erkennung von Dokumenten durch die KI jedoch nicht unbedingt verlässlich. Am besten man überprüft die Angaben dann immer nochmal manuell. Man muss sich bei Taxfix erst einmal anmelden, um die Berechnung zu starten. Dafür sieht man am Ende die finale Rückzahlung und kann dann immer noch entscheiden, ob man das Ganze mit Taxfix abschickt oder nicht. Und das kostet Taxfix. Gibt man seine Steuererklärung freiwillig ab und liegt die Rückzahlung unter 50 Euro, so zahlt man für Taxfix nichts. Ist man hingegen zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet oder beträgt die Rückzahlung mehr als 50 Euro, dann kostet Taxfix 39,99. Und eine Besonderheit, war man in 2020 und oder in 2021 arbeitslos oder in Kurzarbeit, dann zahlt man für Taxfix 19,99. Ein wichtiger Punkt noch, Taxfix richtet sich an Angestellte, Verbeamtete, Studierende, Familien, Leute in Kurzarbeit, Expats und Azubis. Aber nicht an Selbstständige und Freiberufler. Die können Taxfix leider nicht benutzen. Entscheidet man sich für das Einreichen der Steuererklärung über Taxfix, so kann man dies einfach am Ende der Befragung tun. Taxfix leitet die fertige Steuererklärung dank ELSTER-Schnittstelle dann automatisch an das zuständige Finanzamt weiter. Alle Daten werden dabei laut Taxfix sicher übermittelt. Auch werden die Angaben, die man macht, auf Plausibilität geprüft. So stellt man sicher, dass man auch nichts falsch macht. Und es gibt regelmäßig Rabattcodes, die im Internet herumspüren. Zusammenfassend ist Taxfix empfehlenswert für alle, die einen relativ einfachen Steuerfall haben und alles schnell und einfach am Smartphone erledigen wollen. Kommen wir zu einem Klassiker für den PC, nämlich das Wieso-Steuersparbuch. Das Wieso-Steuersparbuch wird von Buhl in Zusammenarbeit mit dem ZDF herausgegeben. Wieso ist eigentlich eine Fernsehsendung über Wirtschaft und Sozialpolitik, daher auch der Name, also Wirtschaft und Soziales. Das erste Mal erschien die Wieso-Steuersoftware 1991. Mittlerweile ist sie nach der ELSTER-Software vom Finanzamt die am zweitäufigsten verwendete Steuersoftware in Deutschland. Als Allrounder und Marktführer eignet sich das Wieso-Steuersparbuch für Angestellte ebenso wie für Verbeamtete, Selbstständige, Leute in Rente oder für Leute, die ihr Einkommen ausschließlich aus Kapitalerträgen beziehen. Da jegliche Einkunftsarten unterstützt werden, bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung. Die jeweils notwendigen Formulare für die Personengruppe sind direkt enthalten, zum Beispiel das Basisformular für die Einkommensteuererklärung des jeweiligen Jahres, die Umsatzsteuervoranmeldung, die Einnahmenüberschussrechnung für Neben- und Kleingewerbe oder die Gewerbesteuererklärung. Obwohl das Wieso-Steuersparbuch eine Software für den PC ist, kann man es aber auch auf dem Smartphone, Tablet oder im Browser verwenden, wenn man die Software einmal gekauft hat. Wenn man will, kann man seine Daten auch synchronisieren und zum Beispiel auf dem PC anfangen und später auf dem Smartphone weitermachen. Aber hier müsst ihr wissen, dass das Wieso-Steuersparbuch als Download-Version für den Rechner am umfangreichsten ist, also mehr kann und abdeckt, als die Web-Version oder die Smartphone-App. Außerdem ist das Wieso-Steuersparbuch immer aktuell. Alle rechtlichen Änderungen für das jeweilige Steuerjahr werden direkt per automatischem Update integriert. Eine auch von der Fachpresse gelobbte Funktion ist die sogenannte Wieso-Steuer-Automatik. Hinter dem Begriff verbergen sich eine Reihe von Funktionen, die diverse Eingaben noch bequemer machen. So kann man zum Beispiel seine Steuereingaben aus der Vorjahresversion laden, wenn man die Software schon im letzten Jahr benutzt hat. Die Funktion Banking analysiert beispielsweise das Bankkonto und verbucht relevante Positionen automatisch. Und natürlich kann das Wieso-Steuersparbuch die fertige Steuererklärung elektronisch an das zuständige Finanzamt übermitteln. Die Automatikfunktion erleichtert die Steuererklärung vor allem Leuten, die das zum ersten Mal selbst machen. Man kann auch nicht gewünschte Funktionen abwählen. In der Lizenz, die man mit dem Kaufpreis erworben hat, sind alle enthalten und nach Belieben kostenfrei nutzbar. Und neu 2022, der Corona-Check-Up, hilft mit Tipps, zum Beispiel Homeoffice und Kurzarbeit, damit man auch da nichts vergisst. Zusätzlich bindet Buhl noch Videos ein, da werden nochmal einzelne Positionen oder Teile des Formulars erklärt. Das Wieso-Steuersparbuch kostet regulär 39,99, wenn man die Software einmalig kauft. Im Jahresabo kostet sie 29,95. Meistens findet man jedoch im Internet noch günstigere Angebote, sodass man das Wieso-Steuersparbuch für um die 20 Euro bekommt. In Testberichten der Fachpresse wird das Wieso-Steuersparbuch übrigens regelmäßig zum Testsieger gekürt, zum Beispiel von der Wirtschaftswoche, Focus Money oder Computer Bild. Wer also mehr Zeit in die Steuererklärung reinstecken, aber einfach alles haben will, was eine Steuersoftware so zu bieten hat und auf Nummer sicher gehen will, dass auch komplizierte Steuerfälle abgedeckt sind, der ist mit dem Wieso-Steuersparbuch bestens bedient. Kommen wir zu unserer letzten Steueranwendung, Smartsteuer. Smartsteuer ging erstmals 2010 an den Markt, noch unter dem Namen Konststeuer und gehörte zu den ersten in Sachen Online-Steuererklärung. Gestartet ist Smartsteuer ebenfalls als Steuersoftware für einfachere Steuerfälle, vor allem für Privatpersonen. Mittlerweile ist die Anwendung gewachsen und es können auch Gewerbetreibende und Personengesellschaften ihre Steuererklärungen über Smartsteuer abgeben. Smartsteuer an sich ist eigentlich kein Programm in dem Sinne. Stattdessen findet die Steuererklärung komplett im Browser statt, ohne Installation an der Software. Man kann also direkt starten. Alles durch TÜV-Zertifikat für Datenschutz und Datensicherheit gesichert. Ähnlich wie bei Taxfix wird man auch bei Smartsteuer durch alle Kategorien geführt, wo man dann einfach die Antworten auswählt, die bei einem zutreffen oder eben seine Angaben macht. Dazu gibt es eine Menge Tipps und Hinweise und Erläuterungen. Smartsteuer prüft außerdem alle Angaben aus eurem Steuerbescheid und ob alles vollständig ist. Auch in unabhängigen Tests wird Smartsteuer regelmäßig gut bewertet. Einzig der Punkt, dass sich Vorjahresdaten nur von Smartsteuer selbst übernehmen lassen, wird bemängelt. Bei Wieso zum Beispiel kann man Vorjahresdaten auch von Elster oder einigen anderen Softwares importieren. Smartsteuer kostet regulär 34,99 im Jahr und ihr könnt bis zu fünf Erklärungen für das jeweilige Steuerjahr abgeben. Dies wird relevant, wenn ihr zum Beispiel ein Paar seid, was getrennt veranlagt ist. Dann müsst ihr beide eine getrennte Steuererklärung abgeben, was ihr dann zusammen zu diesem Preis über einen Account machen könnt. Im Schnitt brauchen Leute nicht mehr als 60 Minuten für ihre Steuererklärung über Smartsteuer. Wer also keine Software kaufen und installieren und sich auch keine App fürs Handy laden will oder einfach erstmal gucken und ausprobieren will, der kann sich Smartsteuer mal anschauen. Zahlen muss man dann erst, wenn man die Steuererklärung über Smartsteuer auch wirklich abschickt. Übrigens, die Kosten für solche Steuersoftwares könnt ihr auch in der nächsten Steuererklärung absetzen. Und wenn das alles auch nicht reicht, weil ihr einen so extrem komplizierten Steuerfall habt, dann seid ihr eventuell bei einer persönlichen Steuerberatung besser aufgehoben. Oder ihr tretet einem Lohnsteuerhilfeverein bei. Es kann sich echt lohnen, auch freiwillig eine Steuererklärung abzugeben und im Schnitt bis zu 1000 Euro jährlich vom Finanzamt wiederzubekommen. Mithilfe von Apps und Softwares ist dies vielleicht nicht in 20 Minuten, aber dann doch in wenigen Stunden auch erledigt. Und da ihr zumindest einige der Steuersoftwares erst bezahlen müsst, wenn ihr die Steuererklärung auch wirklich abschickt, könnt ihr erst einmal überprüfen, ob sich eine freiwillige Steuererklärung für euch überhaupt lohnen würde. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr bisher eure Steuererklärung gemacht habt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und abonniert unseren Kanal, um weitere Videos zu sehen. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Müni von Transparent beraten.